Heute Abend, da bist du ja mit uns zusammen im Strom in München. Einige Egos, die haben wir dazu auch eingeladen. Die mussten allerdings was tun dafür. Zum Beispiel haben wir die Hook zu Kids in verschiedene Sprachen deiner Weltreise übersetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du diese Station hier selbst erkannt hättest. Wir hören mal ganz kurz rein. Alle haben einen Job, ich habe einen langen Willi. Keiner hat mehr Bock auf, ich versuche zu verfehren so. Ist das da im Block, Tag E-Tacus, hält mir zwei Finger an. Hoff und mache Peng, 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 Peng. Das müssten ja die guten Schweizer sein. Natürlich. Ich glaube auch schon, dass du... Aber das sollte man mal so aufnehmen lassen. Ist eigentlich eine witzige Sache, oder? Wir hatten auch Thai, Nepali und so weiter. Ich habe ein paar Sachen gehört, es wurde mir geschickt. Bei dem anderen war leider kein Beat dazu, deswegen wurde nur der Text. Ich finde ja, dass man das wirklich mal checken könnte, wie man das cool eigentlich übersetzen könnte auf Englisch, Portugasch oder Spanisch. Könnten wir einen riesen Welthit draus machen. Ja, absolut. Das hat auch krass eingeschlagen hier. Das muss ihr natürlich dann voranbringen und kriegt dann einfach die Hälfte ab von den Einnahmen. Ist eh klar. Okay, darauf meine Antwort. Wir haben es sogar auf Filmen so. Nee, ich glaube schon, dass du da wirklich einen Zeitgeist getroffen hast mit Hitten mit Kids. Oder denkst du, das ist dem Beat geschuldet? Wie sehr ist es generell so bei deinen Texten und bei deinen Tracks? Ich glaube, bei uns ist es immer ein wichtiges Zusammenspiel aus Musik. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich, dass es so ein Song wie Kids, der ist, glaube ich, seit sechs Wochen im Top-Ten-Umkreis, jetzt wieder auf neun und nächste Woche vielleicht wieder auf acht, der hält sich einfach in der Top-Ten. Und das ist halt sehr, sehr geil für so einen Song. Es ist halt ein 808-Hip-Hop-Beat, da kommen irgendwelche Zahlen mit Wu-Tang auf den Arsch und eine Hook. Und das ist halt nicht so dieses weichgespürte, popmäßige Top-Ten-Ding. Darauf bin ich sehr stolz, dass dieser Song so kämpft. Also, dass der die Ellenbogen ausfährt und dass der da bleibt und die Leute das auch annehmen. Und ich schreibe auf jeden Fall nie Musik, um irgendwie einen Zeitgeist zu treffen, weil ich sehr oft denke im Jahr, dass ich ihn eh verloren habe, weil ich eh ganz oft weg bin, eigentlich ganz andere Interessen habe, eigentlich viel angeln gehe und so entscheiden. Das ist jetzt nicht so Zeit. Ey, bist du so ein Chiller, oder? Naja, neben meinen ganzen Wahnsinns, ich habe halt viel zu tun. Ich habe heute tausende Auftritte und tausend Reisen und bin überall unterwegs. Und wenn ich dann halt immer da bin, dann Ruhe und dann Entspannung und Aufladen und Akkus neu aufladen. Aber ich mag halt total die Stino-Sachen, die irgendwelche Berns halt auch mögen. Und dementsprechend denke ich schon, dass ich dann keine Ahnung habe, was jetzt der krasse Zeitgeist ist. Aber anscheinend ist das vielleicht der Grund, warum das dann doch der Zeitgeist ist. Also ich glaube, den Zeitgeist zu treffen, muss man sich nicht mit ihm beschäftigen. Okay. In einem neuen Titel von dir, da geht es zum Beispiel um die Eintagsliebe. Wie oft am Tag verliebst du dich denn? Ich habe tatsächlich eine Freundin und bin sehr, sehr glücklich, hatte es aber sehr lange nicht. Und davon handelt auch dieser Song noch. Die Eintagsliebe ist ja ein sehr schönes Bild, genau wie die Eintagsfliege eben. Also jemand, der nach einem Tag von uns geht. Und das war eine krasse Erfahrung in fünf Jahren, so schon mehr oder weniger Single sein. Sondern das geht ja gar nicht wirklich um das One-Night-Stand, auch wenn es meistens dann so ist. Es geht eigentlich eher um, dass man sich sofort verlieben möchte. Dass man denkt, okay, jetzt ist es endlich soweit. Ich brauche eine Freundin. Und dann sieht man so Dinge wie, okay, das könnte sie jetzt sein. Und am nächsten Morgen ist das halt einfach alles weg. Und dann kannst du sie auch nicht mal einbilden und so. Und das ist eigentlich die Eintagsliebe. So dieses kleine Herz mit Flügeln, was sich auf deine Couch setzt. Aber am nächsten Morgen holt man halt die Liebesklatsche raus und vorbei. Und sie geht mit der Sonne unter. Das ist echt ganz geil. Das Leben geht, also ich meine, dein Leben geht sowieso ganz schön gut ab. Oder ich meine, ihr Fußballass, Model in New York, dann wieder irgendwie zurück. Wie kam es dazu? Ja, also man darf einfach nicht vergessen, dass es auch sehr viele negative Seiten an vielen Sachen gibt. Also Fußball spielt irgendwie jeder Zweite. Ich war halt ganz okay im Fußball und deswegen ging es dann weiter. Aber zu Ende gemacht habe ich es auch nicht. Und ja, New York zu leben mit 17 war halt geil. Und der Modeljob war halt furchtbar, ganz schlimm. Und sonst habe ich auch keine Kellnerjobs gemacht, war beim Bund und habe durchgehustelt danach. Und musste meine Schulden irgendwie wieder begleichen. Also es ist jetzt auch nicht alles so leicht gewesen. Im Endeffekt bin ich gerade sehr glücklich, Musik machen zu können, weil das im Endeffekt diese Sache war, die eigentlich immer dabei war. Wo ich immer Bock drauf hatte und was man immer in erster Linie aus Leidenschaftsgründen macht und nicht aus finanziellen Gründen. Und wenn es dann klappt, dass du auch noch Kohle damit verdienst, dass Leute zu deinen Konzerten kommen und so, dann natürlich umso besser. Das sei dir vergönnt. Ich muss sagen, wirklich war eins der allerersten Alben, die ich mir auch tatsächlich gekauft habe, online. Runtergesaugt habe. Ich habe es eben nicht runtergesaugt, ich habe es ganz legal gesaugt. Da haben wir es echt hart gefeiert. So Louis fand ich super, das mit dem Stress oder Streit oder sowas super verstrahlt sowieso. Also da waren echt nur Bomben drauf. Auch die Beats, immer so richtig schön knackig elektronisch, so wie bei Endboss, da flippen die Leute halt aus. Wie machst du das generell mit dem Beatpacking? Also wie seid ihr da, wie arbeitet ihr da? Ich pick ja nicht. Also ich mache ja mit den Crowds eigentlich, das ist ja mein Produzententeam, immer einen guten Sänger. Also letztens war es viel mit Jascha, diesmal war es viel mit J-Love, Julian Williams jetzt und viel mit Ruth natürlich, also Miss Platinum, die immer viele Sachen macht. Und wir sind eigentlich ein Team und machen und achten halt darauf, dass es auch Eier hat, dass die Musik Eier hat. Also musikalisch gibt es in Deutschland so viele Sachen einfach so hinterher. Und das ist so, die wollen immer so auf Trends gehen und wollen alle so gleich klingen mit ihren trappigen High-Hats. Und musikalisch ist das aber nicht so mein Ding. Ich mag eigentlich so eher einen warmen Beat, einen Beat, der powert, der irgendwie Action macht. Und ich glaube, da gehen wir schon sehr weit voraus. Und das ist mit den Crowds halt einfach das Produzenten zu machen. Und wir haben halt auch Stadtaffe produziert, das ist halt eine Platte gewesen, die so mit Drums gespielt hat und so mit dieser klassischen Musik gespielt hat, was Peter Fox, glaube ich, 1,5 Millionen Platten verkauft davon. Und das sind halt meine Jungs und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir dann auch alle zusammen immer sozusagen die Platten komplett produzieren. Wer ist denn dein schlimmster Kritiker oder dein Liebster? Mein Sohn sagt gerade, Campino ist sein Lieblingskünstler. Oh, das halt Vegetarne. Ja, auf jeden Fall. Nein, aber das ist auch vollkommen okay. Aber dann dachte ich so, hallo, Tage wie diese. Ich habe ein Lied für dich geschrieben, spinnst du? Nein, also Kritiker gibt es immer. Man ist selber schon auch ein Kritiker, aber es wäre jetzt dumm zu sagen, ich bin selber mein. Also ich bin tatsächlich mit dieser Platte gerade unfassbar glücklich und null Kritiker, weil ich zum ersten Mal richtig happy bin. Auch mit der ersten Platte, zum Beispiel in Zukunft Teil 1, war auch eine total tolle Platte, hat mir alles eröffnet. Aber da gab es trotzdem so zwei, drei Songs, wo ich dachte, okay, da hatten wir dann die zehnte Version und dann irgendwann, okay, machen wir das jetzt einfach so. So Songs wie Materia Girl oder so, wo wir eigentlich mal einen ganz anderen Viener und sowas hatten. Und jetzt ist auch der Platte alles geil, finde ich. Ich finde alles musikalisch stark, alles hat so einen Underground-Appeal, so einen Oldschool-Touch und so. Und trotzdem ist es fresh und trotzdem ist es neu und trotzdem hat es so Power und Wärme. Und das eigentlich, was man überlegt, wie bin ich eigentlich zum Hip-Hop gekommen und diese Sache wollte ich wieder aufnehmen. Also was hat mich eigentlich damals als Junge angefixt an dieser Musik und das wollte ich bei dieser Platte jetzt wieder annehmen. Und nicht jetzt irgendwie den hundertsten Trend und Dubstep-Beats bauen, weil ich kann das alles nicht mehr hören. Die ganze Musikindustrie hat einfach diese ganzen schönen Genres so vergewaltigt. Schlimmes Wort, aber dass ich das nicht mehr hören kann. Ich kann mir keine Dubstep-Tunes mehr anhören oder so. Und damals habe ich das geliebt und gemacht, aber so von der Pop-Welt eingenommen worden alles, dass es alles einem dann langweilt. Und man will dann halt einfach wieder was Neues, Frisches. Man will ja was Eigenständiges machen. Und ja, da mussten wir einen Schritt zurückgehen, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Auch oft gar keine schlechte Methode.